Hallo Lena, hier sitze ich nackt in meinem Büro, wo ich Werbung mache und du hast jetzt bei mir verkackt in aller Ewigkeit und wenn du noch mal deine Schnauze aufmachst oder irgendein verfacktes Lied von Fakio Goethe, 4, 3 oder sonst was singst, dann sing ich dir auch ein rein, dann singst du tiefer, tiefer. Und weil ihr nicht gekommen seid und weil ihr mir das Tor da nicht geöffnet habt zum Schatzmahnfest, Familienfest, ich schätze mal so ungefähr, dass ich nie wiederkomme in eure Leihenskirche, weil ich nicht weiter leiden will und mein Volk nicht weiter leiden sehen will. Ja, mein Volk soll es gut gehen, euer Gnaden, von weiß weiß ich, wo sie herkommen, das lasse ich mir nicht bieten, nicht mal im Gas. Und wenn sie das Gras rauchen müssen, verschiedene Personen, dann müssen sie auch draußen bleiben. Schließlich und unendlich mögen wir es anzubauen für die Medizin. Ja, es soll gegen Krebs helfen, der Dekul hat es vorgemacht und es seinen Sohn geschenkt, den Einzigen, den Liebsten und die Tesse, die ich hier stehen habe, den Liebstenpapi. Und den Pro-Planet verschenke ich auch nicht, der bleibt schön bei mir. Nur hier, ja, will ich euch jetzt mal ein Geigen. Aber richtig, zärtlich, die Stille bleibt auch hier in Schnee verdient. Hier wird keine laute Musik mehr gemacht und nicht mehr gesoffen, außer in drei Kneipen am Bahnhof. Verkauft mal weiter euren Mocker. Sehe ich ein Saufen, 8.008 Euro Strafe. Darum wird sich gerne Stefan Münchow und seine Garde kümmern. Hier wird nicht gesoffen in Schneeverdingen. Das ist verboten. Genauso wie in Hamburg. Einfach friedlich, freundlich zuvorkommen. Eine Stadt, die ich liebe. Und wenn ich mein Herz verloren habe an Hamburg, dann darf man auch in den Keller kommen. Schließlich ist es ein Sohn, der die Busfahrerin begleitet. Er soll ein Down-Syndrom haben. Hallo Leute, Aktion Mensch. Schon vergessen, all die Jahre, die ich mich geplagt habe. Und wenn meine Schwester vor der Tür steht, sofort Tür zumachen. Denn sie hat den Hals noch lange nicht voll. Und dasselbe auch für Edith. Ab in den Kahn. Mit mir kann man nicht spielen. Mit Menschen spielt man nicht. Mit Leben auch nicht. Das sollten Sie sich mal merken. Wer möchte schon über seine Vergewaltigung sprechen, auch wenn Sie ein Amtsträger sind oder Psychologe. Da kann ich Ihnen weiterhelfen. Denn ich studierte auch das nebenbei. Und wer neben mir steht, der steht zu mir. Und der heißt Rudi Trauzettel. Und den holst du jetzt direkt für Collins mit dem Hubschrauber ab und bringst ihn zu mir in die 108. Splash 3. Ich warte hier. Koreanische? Härte. Habe ich dort gelernt. Vergiss nie, dass ich dich liebe. Isabella und Emily I love the black, black and black. Starks, writer, made us so more and more. Und dann geht ihr bitte schön, damit ihr's mal versteht. In mehreren Dialekten. Dorthin, wo ich war, in die Hölle. Mit euch, spanisch Eierköppe. Wir stehnten Spanier vor der Tür, sofort schotten dicht. Treten Sie was ein? Zahlt es nicht die Münchner Rück, sondern das spanische Schwein persönlich? Sich benehmen? Wie die Drecksäue hier? So was wollen wir hier nicht haben. Hamburg, meine Perle. Ich bleibe euch wohlgewogen, Schatzmann.